Herzlich Willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr einen Twitch-Demode mit einem Text erstellen könnt, so wie ihr es hier zum Beispiel im Hintergrund auch erkennen könnt. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solch Videos mehr verpassen wollt, lasst ihr natürlich gerne ein Abo da, außerdem schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich zeige euch das jetzt einmal nur an dem unteren Wort, was hier vorher drin stand, weil ihr das im Prinzip wirklich auf jedes andere Wort, auf jeden anderen Text da eben halt auch übertragen könnt. Ihr müsst nur dabei aufpassen, dass wenn ihr sehr, sehr lange Wörter habt, wie zum Beispiel consistent, dass sie nicht in eine Zeile passen, weil es sonst einfach zu klein ist. Ihr müsst wirklich darauf achten, dass es sehr, sehr gut lesbar ist. Ihr müsst halt bedenken, dass es auf Twitch ungefähr so eine Größe hat und da muss man das eben halt irgendwie noch erkennen können. Und wenn man es da einmal nicht erkennen kann, dann bringt das im Modus eben halt gar nichts und dann kann man die Schrift am Ende nicht lesen. Und deshalb solltet ihr die Schrift auf jeden Fall groß lassen und dann macht es eben halt lieber über unterschiedliche Zeilen. Aber zum Beispiel das Wort, was ich hier unten hatte, Sterben, das geht auf jeden Fall so in eine Zeile. Ich würde sagen, das ist auch so ziemlich das Maximum, was man in eine Zeile reinpacken kann. Und dafür habe ich einmal die Burbank Big Condense Black Schriftart genommen. Das ist die Schriftart, die auch in Fortnite benutzt wird. Ansonsten könnt ihr aber wirklich jede Schriftart benutzen. Am besten nehmt irgendeine, die zu eurem Kanal passt, also entweder zum Spiel, was ihr spielt oder eben halt, wenn ihr auf Thumbnails oder sowas eben halt immer die gleiche Schriftart habt, dann könnt ihr natürlich die hier genauso gut benutzen. Und dann hatte ich hier vorher eben halt so ein leichtes Orange genommen. Dafür kann man hier oben einfach einmal auf das Farbenfeld klicken und dann hier einmal so ein bisschen Orangelicher, irgendwas Orangeliches hier nehmen. Und ich würde sagen, das passt auf jeden Fall, muss hier nur so ungefähr auf jeden Fall passen. Dann müsst ihr das Ganze noch kleiner machen. Dafür, falls ihr hier diesen Kasten nicht sehen könnt, müsst ihr einmal oben auf Show Transform Controls klicken. Und da muss das Häkchen eben halt an sein, damit ihr das Ganze hier eben halt verschieben könnt. Das geht natürlich auch mit anderen Software ganz gut, aber ich zeige euch das Ganze jetzt an Photoshop. Und dadurch, wenn ihr natürlich in anderen Programmen seid, dann könnt ihr natürlich das nicht mit den genau gleichen Steps machen wie hier. Aber es geht auf jeden Fall auch in anderen Programmen. Und ansonsten könnt ihr euch übrigens auch noch die kostenlose Testversion für sieben Tage von Photoshop holen. Und da könnt ihr das dann natürlich auch machen, aber ihr könnt es dann natürlich nicht für immer behalten. Und die Schriftart habe ich jetzt einmal so groß gemacht, dass es hier reinpasst. Dann am besten noch ein bisschen anwinkeln, damit man eben halt die noch etwas größer machen kann. Wichtig ist, dass ich noch genug Platz an den Seiten habe, damit ich da noch ein paar Effekte eben mal drum packen kann. Da seht ihr jetzt aber auf jeden Fall, dass noch ein bisschen was fehlt an der Schriftart. Und zwar müssen wir jetzt als nächstes einmal hier ein paar Layer Styles hinzufügen. Das heißt, wir müssen einmal auf Layer klicken und dann auf Layer Style, beziehungsweise eben, wenn es hier heißt, glaube ich, auf Deutsch klicken. Und dann hier einmal auf die Ebenen-Stil-Option klicken. Hier müssen wir dann ein Inner-Shadow erstellen. Dafür müssen wir einmal da raufklicken und dann müssen wir das Ganze, dann passt es eigentlich eigentlich schon so. Hier ungefähr so 100% Opacity sollte man nehmen. Eine Angle, also ein Winkel von 90 Grad sollte man immer nehmen. Die Distance auf 5 Pixel habe ich jetzt gestellt und die Größe auf 1 Pixel. Das müsste eigentlich in den meisten Fällen passen, ansonsten stellt ihr ein bisschen was bei Größe und Distanz um. Mit den beiden Sachen kann man das ein bisschen umstellen. Und da müsst ihr hier natürlich nochmal eine Farbe auswählen. Dafür geht ihr einfach an der Seite hier einmal ein bisschen runter und dann irgendwie so auf eine Farbe, die sich ganz gut abhebt. Irgendein etwas könnt ihr dann nehmen. Versucht einfach, probiert ein bisschen hier rum, bis ihr eben halt irgendetwas findet, was ganz gut dazu passt. Dann einfach OK klicken und dann seht ihr, dass hier schon mal so ein leichter 3D-Effekt, eine leichte Umrandung dazu gefügt wurde. Und jetzt müssen wir im Prinzip nur noch einmal über alle Wörter, die wir hier haben, einen generellen Effekt legen. Dafür packt das Ganze am besten in eine Gruppe. In der Gruppe könnt ihr hier unten stellen durch dieses Ordner-Symbol und dann müsst ihr einfach nur einmal alle Sachen hier reinziehen in die Gruppe. Und dann könnt ihr nämlich einmal auf die Gruppe klicken und dann habt ihr sozusagen alles ausgewählt. Ihr könnt natürlich auch einzeln hier mit Steuerung alles auswählen und das so rüber machen. In der Gruppe ist es aber einfach übersichtlicher. Und wenn ihr auf dieser Gruppe dann drauf seid, das angeklickt habt, dann müsst ihr einmal auf Layer klicken. Wieder einen weiteren Ebenen-Stil hinzufügen und zwar diesmal ein Drop Shadow. Und da gibt es dann erstmal zwei unterschiedliche Drop Shadows, die ihr braucht. Als erstes haben wir hier einmal ein Drop Shadow mit 100% Deckkraft wieder, 10 Pixel Distanz. Auch hier wieder in der Distanz könnt ihr ein bisschen was umstellen, wobei die Distanz eigentlich auf 10 Pixel immer so ziemlich das Perfekte ist. Das Spread 100% sollte man auch immer lassen und das, wo man am meisten hier noch ein bisschen rumprobieren kann, ist die Größe. Die habe ich hier bei 16 Pixel, umso größer jedes Markt, desto mehr wird es ausgefüllt. Je nachdem welcher Schriftart ihr das habt, passt es da vielleicht auf eine andere Größe eben mal besser. Ihr solltet ihr mal aufpassen, dass einfach alles schön umrundet ist und dann müsste es eigentlich im Generellen erstmal passen. Und dadurch seht ihr auf jeden Fall, dass das schon so ein bisschen mehr hervorgehoben wird, weil man immer so einfach einen gewissen Kontrast hat. Und das ist immer relativ hilfreich, vor allem weil es immer relativ klein ist, so kann man das deutlich besser erkennen. Und dann habe ich noch einen zweiten Drop Shadow, also einen Schlagschatten hinzugefügt und den halt mit einer anderen Farbe und zwar mit so einem pinken gemacht. Dort könnt ihr auch wieder rumprobieren, was am besten zu eurer Schriftart passt. Hier auch wieder Deckkraft 100%, Distanz 10 Pixel, der Spread auf 100% und die Größe muss ja etwas größer sein. Am besten so etwas wie ungefähr doppelt so groß wie ihr den ersten Schlagschatten gemacht habt. Also bei mir zum Beispiel dann 32 Pixel und dadurch habt ihr dann nochmal eine zusätzliche Umrandung und so kann man das Ganze auf jeden Fall deutlich besser sehen. Wenn wir jetzt nämlich nochmal raus scrollen hier aus dem Ganzen und wir müssen natürlich vorher erstmal das Ganze hier auch bestätigen mit einem OK hier oben rechts. Aber wenn wir jetzt raus scrollen, dann sieht man auf jeden Fall, dass man das relativ weiter kennen kann. Also selbst in dieser Distance kann man das immer noch sehen, was da hinten steht. Wahrscheinlich könnt ihr es jetzt nicht unbedingt sehen, aber auf jeden Fall kann man das, wenn man es auf Twitch sieht, so immer noch sehen. Und das eben halt wie gesagt die Größe. Ohne diese Umrandung hat es halt zu wenig Kontrast. Mit diesem schwarzen hat die Farbe allein schon Kontrast. Und mit dem lilan hat es dann auch noch vor dem generellen Hintergrund vom Twitch-Chat, der ja meistens dunkel ist, auch nochmal zusätzlichen Kontrast. Und so kann man das Ganze auf jeden Fall ziemlich gut sehen. Wenn ihr jetzt so ein bisschen mehr Schrift hier raufbekommen wollt, ohne dass es immer kleiner wird, könnt ihr auch nochmal mit Shift das Ganze hier transformieren. Wenn ihr hier oben rauf klickt, dann wird das nämlich so etwas gestretched in die Richtung und dadurch habt ihr eben halt dann nochmal mehr Platz, das eben halt hier an der Seite kleiner zu machen. So kann man es auch immer noch einigermaßen gut lesen und es ist hier halt nicht wirklich kleiner geworden und man hat trotzdem immer mehr Platz für noch einen weiteren Buchstaben. Wenn ihr dann am Ende fertig mit eurem Emote seid, müsst ihr einmal hier oben auf File klicken und dann hier auf Export und Save for Web klicken. Beziehungsweise könnt ihr dafür auch einfach Alt, Shift, Ctrl und S klicken. Dann wird eben halt auch dieses Fenster geöffnet. Hier müsst ihr dann einen Pin G24 ausführen. Wichtig ist, dass ihr die Transparency aktiviert habt, denn ansonsten wird immer der Hintergrund hier einfach weiß gemacht. Und dann müsst ihr hier noch die Image Size einstellen, also die Größe von eurem Bild einstellen. Dort ist rein theoretisch egal, was ihr nehmt, aber am besten ist es, wenn ihr direkt die Größe von Twitch benutzt. Für Twitch müsstet ihr nämlich einmal eine Größe von 112x112 Pixel nehmen, dann 56x56 Pixel und dann auch 28x28 Pixel nehmen. Das kann auch Twitch automatisch machen, aber wenn ihr das Einzelne schon so direkt exportiert, dann ist normalerweise die Bildqualität vor allem auf den kleineren Größen deutlich besser. Und deshalb macht es am besten so, dann wird es für mich einfacher noch etwas besser lesbar sein. Und ansonsten, wie gesagt, könnt ihr auch ganz einfach das natürlich auf eine Größe und Größe hochladen auf Twitch, aber dann wird eben halt eventuell die Qualität von den kleineren Images ein bisschen verringert. Damit war es das dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Schreibt mir immer gerne Fragen und Feedback in die Kommentare und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.